Moin! Moin, warum sitzen Sie auf Biforositz? Wo ist der Fahrer? Moin! Wieso? Der Autofahrt hell allein. Ich bin nämlich strumpeldumm. Willst du was? Sie warten, dass dort strafbar ist. Wieso? Ich bin ja gar nicht vorn. Autopilot mag das. Ja Gott, dann wünsche ich hier noch ein Gehout. Äh, ich mein hier voll vorsichtig. Tschüss. Oh, sofort weg. Dann kann ich ja wieder... Äh. Jetzt wir mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017